Als Studentenverbindungen entstanden die heutigen Landsmannschaften im 19. Jahrhundert. Die meisten sind Mitglied des GoBurger Konventes. Allgemeines. Landsmannschaften sind unpolitisch und haben in heutiger Zeit kein landsmannschaftliches Prinzip mehr. Da sie Studenten aus aller Welt aufnehmen und so ihre Traditionen weit ertragen, es gilt das Toleranzprinzip sowie das Tragen von Couleur. Während für Mitglieder von Landsmannschaften im CC das Fechten mindestens zweier Mensurenpflicht ist, sind Landsmannschaften in anderen Verbänden oder Verbandsunabhängige oft fakultativ oder nicht schlagend. Eine Besonderheit stellen auch die elf katholisch-österreichischen Landsmannschaften dar, die nicht schlagend und konfessionell gebunden sind. Diese sind im Akademischen Bund katholisch-österreichischer Landsmannschaften organisiert. Geschichte Während die landsmannschaftlichen Zusammenschlüsse ab dem 15. Jahrhundert reine Zweckverbände mit Zwangsmitgliedschaft waren, bildeten sich zum Ende des 18. Jahrhunderts neue Gemeinschaften heraus, die sich zwar auch Landsmannschaften nannten, aber nach neuen Formen suchten und durch die Studentenorden, die sie bekämpften, maßgebend beeinflusst wurden. Erst ab 1837 entstanden die neuen Landsmannschaften in Göttingen, auch Festlandsmannschaften genannt. Verbindungen wurden wieder als Landsmannschaft gegründet, jedoch dem Seitgeist entsprechend angepasst. Sie übernahmen das von den Orden entwickelte Lebensbundprinzip. Im Sommer 1840 wurde der erste örtliche Landsmannschafterkonvent in Göttingen gegründet. Der neue Name Landsmannschaft bedeutete jedoch nicht die Wiederaufnahme des Regionalprinzips. Er wies nur auf die Herkunft der ersten Mitglieder hin. Der maßgebliche Unterschied zu den Korps lag in den Grundsätze dieser neuen Landsmannschaften, die sie unabhängig voneinander an den einzelnen Universitäten aufstellten nach der Gleichberechtigung aller onneigen Studenten- und Studentenverbindungen, der Aufhebung aller Verrufe sowie die Einsetzung allgemein verbindlicher Ehrengerichte. Punkt. Progress im Zuge des Progress im Vormetz gründeten sich auch Progressverbindungen. Wenn gleich der Progress grundsätzlich die Aufhebung der Verbindungen forderte, so gab es häufig progressistische Kränzchen. Es gab aber auch eine landsmannschaftliche Progressverbindung, die Landsmannschaft Hildes-Sozensia-Göttingen. Grundsätzlich nahmen die Landsmannschaften die Position der Mittelgruppe zwischen Progress- bzw. Progressverbindungen auf der einen und den Korps auf der anderen Seite ein. In Österreich bedeutete progressistisch das Verwerfen der Mensur. Das ursprüngliche Ziel war, die damals sehr spezifischen studentischen Sitten und Gebräuche aufzugeben und sich den allgemeinen bürgerlichen Gepflogenheiten im Alltag anzupassen. Das Überlegenheitsgefühl der Studenten gegenüber den Bürgern galt als antiquiert. So erklärt sich auch die Parallelität zu den damals von Bürgern erstmals gegründeten Turnvereinen und Gesangsvereinen. Diese Bewegung ebbte wieder ab und die alten Traditionen wie die Satisfaktion sowie das Farbentragen wurden wieder aufgenommen. Gleichwohl die Bestimmungsmensur wurde nach wie vor abgelehnt und nur von den Korps vertreten. Aufkommen Landswandschafterverbände Bei den Landswandschaften bildeten sich ab den 1860er Jahren zwei Strömungen heraus. Zum einen die Landswandschaften an den technischen Hochschulen, zum anderen an den Universitäten. Der erste Landswandschafterverband ist von vier Landswandschaften an den technischen Hochschulen in Karlsruhe und Hannover gegründete Wetzlarer Allgemeiner Landswandschaften Seniorenkonvent. Es folgten weitere polytechnisch-landswandschaftliche Verbände. Der erste Universitätslandswandschafterverband Der Allgemeine Landswandschafterkonvent wurde am 1. März 1868 von fünf Landswandschaften in Kassel gegründet. Dieser geht auf die Initiative der Teutonia Bonn im Jahre 1856 zurück. Es kam zu einer Vielzahl von weiteren teilweise parallel bestehenden Verbänden, bis schließlich die deutsche Landswandschaft gegründet wurde. 1919 wurden schließlich die beiden Strömungen von Universitätslandslandschaften und polytechnischen Landswandschaften vereint. Im Folgenden sind die Verbände kurz tabellarisch aufgeführt. Hinzu kamen in den 1920er Jahren ehemalige Reformburschenschaften aus dem Allgemeinen Deutschen Burschenbund, die entweder in die DL oder den Vertreterkonvent eintraten. Nachdem in der Zeit des Nationalsozialismus alle Verbände aufgelöst worden waren, kam es im Jahre 1951 zum Zusammenschluss der Landswandschaften mit den pflichtschlagenden Tunerschaften zum Coburger Konvent. Am 16. November 1954 folgte die Aufnahme der Landswandschaften aus dem österreichischen Landswandschafter- und Turnerschafterkonvent während dieser fortbesteht. Der Coburger Konvent ist freundschaftlich verbunden mit der deutschen Sängerschaft, die auch in dieser Zeit ihre Wurzeln hat. Katholisch-österreichische Landswandschaften Nach dem Ersten Weltkrieg schlossen sich in Österreich katholische Akademiker zu Studentenverbindungen zusammen, die als das fünfte Prinzip eine besondere Verbundenheit mit dem Haus Habsburg pflegten und zu pflegen. Es sind nicht schlagende Verbindungen in starkem Gegensatz zu deutschen nationalen Kooperationen. Sie sind im Akademischen Bund katholisch-österreichischer Landswandschaften organisiert. Bekannte Landswandschaften sind die Maximilianer Wien, Stahemberg Wien, Verdinnen die Graz oder Josefinner Wien. Auf Gymnasial-Ebene bestehen unter anderem die KML Tegethoff zu Wien im MKV, die KML Leopoldina zu Graz. Außerhalb des MKV das Korps C. Ö. M. L. Maximilian II. in Wien sowie im SCPL die Ö. M. L. Ortonia zu Linz, das landswandschaftliche Korps Viktoria zu Wien, die KML Staufia zu Graz.